Fuck! Ich hab' doch! Oh, das ist doch kacke. Jetzt fokuss. Ja, da bin ich fahr' mal gestorben. Sonst war eure Woche gut. Ich freu' mich schon auf nächste Woche, da gibt's langes Wochenende. War man kurz weg und kommt wieder und dann sieht man ein Gravilein sterben. Ja, klar, so muss das sein. Ja, die Nordmänner haben sie nur das Dorf komplett vernichtet, glaube ich. Und so konnte sie ihre... Did you think you could escape your past, Senua? You tried to run, didn't you? She can't forget. You can never forget. You thought you got away? No. You thought you left it behind in hell? Dillian. Dillian, Dillian, you're Dillian. You're a lovely Dillian. Him. 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 But you will never be free of this. This pain. His suffering. However far you go. To hold you. Or the darkness. It's the only end. Take your darkness with you. It's yours. Be in control. You will never leave your past behind. You will never leave your past behind. It binds you evil. You will drown in the memory of him. Helpless. She will be lost in grief forever. They carry it with me. And I'll hold onto it. It drives me forward. She cannot forget. It's a promise. Not a prison. Keep it close. Don't let the past stop you. Don't let me drive you down. Your destiny awaits. Look up. It's not the end. Kranker Scheiß. The worst pain. The cruelest blows. They make us who we are. Do you see that? She doesn't. She doesn't. She won't lose them to her mother. Her lover. She won't forget. She won't let them slip from her. She won't let them slip from her. I'm waiting for her eyes close. She will hold them. She will hang out from a- 학-aah-aah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. sicher? Theoretisch nur ein Mythen-Märchen, obwohl hier sieht schon ziemlich geil aus. Theoretisch nur ein Mythen-Märchen-Märchen-Märchen-Märchen-Märchen-Märchen. Also kein Mensch würde wie eine normale Videofigur schnell eine Leiter runtergehen. Hier soll was versteckt sein. Ich habe das Gefühl, dass ich hier eher im Kreis laufe. Oh nein, ich habe die zweite Rune vergessen. Aufgedunsen und schwarz. Sein Leichnam wurde nicht begraben, da er mit dem Boden verankert war. Also wurde er zurückgelassen. Drei Tage nach seinem Tod war das Körper verloren. Weird. Ja, ich glaube, das ergibt eine krasse Geschichte, wenn man den ganzen Kram hier von oben nach unten findet. Aber naja. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht alles finden werde. Bei Hellblade 1 war das tatsächlich auch so. Ich wollte ja eigentlich so einen Marathon machen, in dem ich Hellblade 1 und 2 hintereinander spiele. Aber erstens muss man es nicht verstehen. Ich denke, der Gamma-Wert wirklich höher gestellt. Ah ja, nicht viel. Aber Justin kennt das Spiel schon. Den ersten Teil will er sich nicht geben. Wenn ja nichts mehr eben geht, da muss man reinigen. In all the places of the earth, they know that the gods and spirits affect man's path. All the misfortune that befalls man lies at their feet. If you have eyes to see, you see their presence and their power. Interessant. Es gibt auch schöne Sachen zu finden. Ich weiß halt nur nicht, was das bringt. Ja, ich muss mir das tatsächlich nicht zweimal angucken. Kann ich jetzt auch weiter oder muss ich hier durch? Immer einfach zu entscheiden, wo man hin muss. Ach, hier lang muss ich. Okay. Ja, das macht Sinn. Oh, hier habe ich Flashbacks. Aber, die Hände... Es ist etwas Schmerz, Samara. Du musst nach oben gehen. Nicht, dass sie dich sehen können. Du musst herausfinden. Nicht, dass die Monster dich finden können. Wer kann das so machen? Wir glauben in dir. Sie weiß, was es ist, wenn sie Angst haben. Als Kind, Angst vor der Nacht. Sie Mutter's soft voice calmed sie. Aber jetzt ist sie allein und es gibt mehr Angst als nur die Schmerz. Es gibt Gäste, die in der Sonne gehen, Monster, die von unter dem Bett fliegen. Manche Schatten lassen sich nicht einfach mit Licht vertreiben. Die Schmerzen wollen dich nicht schreien. Sie wollen dein Blut, dein Gehirn, dein Leben. Wtf? Wtf? Schon wierd. Ich würde mich eher beeilen, wenn die Bäume sich auf mich zubefinden. Wtf? Ja. Wtf ist es, die in der Du ciepfläche. Bist du, der Du, der Du, der das in dir hier, der du? Wtf? 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 Das ist diese Trauger? Das ist auch böse. Was kann ich hier sehen? Du kannst das machen. Geh' deinen Kontrollen. Du kannst das machen. Wir wollen, dich zu bewegen. Wir wollen dich zu bewegen. ist er da den kopf wird zu sagen mir hat ihn gegessen weiß ich ob er den kopf oder das gehirn gegessen hat ich meine sie zuhause hätte den halt wie eine nussschale geknackt den schädel und das gehirn gepresst diese trauge was wenn diese angst es wert ist gehört zu werden was zum geier die 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 Und in diesem wretched Land, by far the darkest of them all, it seemed the shadow would never live. But I knew I would find my light. Who is he? He knows her. He feels us reaching out to us in the dark. You have to help him, Senua. This is our quest. This is our destiny. Senua, would you give your life for these outsiders? My darkest hour. It wasn't outside, I would save myself. This man. His skin killed yours. You have to kill his blood, not to give him aid. Oh, you have lost your way. You have to kill him. You have to kill him. You have to kill him. Now I can't go back. Horrible. It's too far. What are they doing? They're dragging you away. They're taking her. No, don't go back. Look what they do to those who fight. Oluf, oluf! Woman's plans, if you see, I'll destroy your name from me就是佐また, does not lead the force to escape the mission. For most of you. Do something like that! Let us go home? No, do it. Stop solving trouble. Do something like that too much Derek's head better. Wow. hier nach oben muss ich da nach unten ich habe nicht die geringste ahnung aber ich muss doch dahin ich habe das gefühl ich muss da hinter irgendwas machen oder wieder zurück ich habe es ja kommt bestimmt irgendwas Was machen sie? Sie sind nicht menschlich. Sie können nicht sein. Sie sind Monster. Ein Recht von Blut und Feuer. Du wirst diese Macht nie verstehen. Was kommt? Ich will nicht nach unten gehen. Sie hat eine Chance. Aber du bist in der Blut und Feuer. Es ist kein Blut und Feuer. Wir können es nicht mehr verhindern. Und alles. Geht. Ich mache das. Was ist das? Du bist in der Blut. Du bist in der Blut. Sie stürmen in der Blut. Ich bin nicht. Ich weiß nicht, dass die Senua das halt nicht hat. Ich meine, es ist eine Kämpferin. Der Mord, der über den Kopf zerschwicht. Die Geräusche von zerberstenden, gebrechenden Knochen. Geh weiter. Sie müssen mich verletzen. Geh weiter. Derjenige, deren Lied durch den Chaos kümmern. Er ist ihr nächstes Zeichen. Der nächste Schritt auf ihrem Weg. Sie wird in Blut beitzen, ihr Speer singen, und sie wird ihn frei. Wurrüh ihn. Die Trine. Sie hat es... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist der Weg? Was ist der Weg? Sie kommt. Kannst du sie fühlen? Sie können es fühlen. Einmal von der anderen Welt kommt. Jetzt! Jetzt! Get her! Run, run! Das war's. Wir rennen! Run! Lauf! 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 Da bestimmt irgendwie so ein Erdvorkommen oder so. Komm schon. Es hat alles... Es hat alles einfach... Es hat alles einfach stopped. Ja, es ist ein Tag. Sie müssen jetzt von der Lichter schlagen. Sie wird uns jagen. Unsere Spur finden, sobald sie kann. Du bist jetzt sicher. Los jetzt! What the fuck? What the fuck? Der Mann in der Mitte. Warte auf uns! Dann haben wir auch mal verschnaufen. Ich meine, wir sind gerade fast ertrunken. So ein Sklavenschiff ausgebrochen. Haben aufs Maul gekriegt. Aufs Maul gekriegt. Im Blut geduscht. Aufs Maul gekriegt. Wir kommen von einem Settlement nebenbei. Ich kam mich, um Hilfe zu sehen. Er hat fast sterben. Er hat... Er hat... Er hat... Und zu etwas anderes. Ich wollte nach einem Massaker. Was war das? Und sie nahmen mich auch. Aber er war nicht wie die anderen. Warum waren Sie nahm den Polen? Was war die Droiger? Er hat die Droiger gesagt. Er hat ihn mit der 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 Droiger gesagt. Und ich war ein Offerung. Der Droiger. Aber warum? Warum haben sie ihn mit der Droiger gesagt? Es hat sie verletzt. Wir sind sicher? Ich bin sicher. Er hat ihn sehr geflogen. Er hat ihn sehr geflogen. Was ist sie zurück? Er hat ein Schmerz, der sich zu ihrem eigenen. Ich meine... All die Gäuhr haben diese Lande geflogen. Wir sollten auch gehen. Oh, wir kämpfen uns, wo wir können. Diese Lande ist geflogen. Wir werden nur die Todes finden. Alle sterben. Und du weißt, dass sie dich schulden. Alle tun uns. Was machen wir? Was machen wir? Was können wir tun? Was können wir tun? Was machen wir? Was machen wir? Also wir werden alle sterben und wir sind schuld. Okay. Finde ich fair. Dann kommen wir. Weiß nicht. Wir können sie mit ihm helfen. Wenn du mit mir kommen, ich will dir die Hilfe für ich kann. Aber ich muss sie warnen, die Zwiebeln stört meine Stadt. Sie, der Tyger. Wir können sie für eine Zeit geben, aber nicht die Sicherheit. Sie haben sie vorhin gesehen. Ich weiß jetzt, warum diese schwarzen Streifen unten sind, damit wir die Stimmen, die zu uns sprechen, hören. Ich habe den Schleifemaster da oben. Sie haben dich hier. Der Schleifemaster. Der Schleifemaster. Wir wissen nicht, dass er seine Namen. Wir wissen jetzt. Ich habe ihn nicht gefragt. Der Schleifemaster von Borkoverki. Da. Wir müssen dort gehen. Er weiß. Er weiß. Du weißt? Kannst du mir sagen, wie du da gehen? Ja, aber warum willst du dort gehen? Ich werde dich töten. Worse. Du musst da gehen, Sennweil. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Er kann dir helfen. Er wird dir zeigen, wie du das. Du musst nicht die Wester. Was war der Name? Thorgester? Wir sind die Gäste. Oh, was ein Schleifemaster. Das ist ein Schleifemaster. Das ist ein Schleifemaster. Das ist das Schleifemaster als ich gedacht. Das ist nicht möglich. Habt ihr die nicht studiert? Verteidigungsmechanik nur oder so ausgesucht. Schau. Das Schleifemaster war gestern. Er ist noch da. Er ist noch lebendig. Was machst du, Sennweil? Du weißt, was zu tun. Wir brauchen ihn nicht mehr. Nichts. Ich lasse ihn nicht. Ich lasse ihn nicht. Du kannst mir sagen, wo ich gehen muss. Er geht um ihn. Aber wenn du ihn lasst, wird er sterben. Dröger. Oder einfach Stabilität. Keine Angst, Sennweil. Wenn der Dröger ihn nahm, wird er nicht mehr, als er erhält. Hilf mir. Ein Mitleid. Er hat es nicht verdient. Sie kann es nicht tun. Irgendwas an ihm. Sie sah es. Nicht nur ein Monster. Ein Lichtstrahl. Er ist böse. Es gibt keine Wahl. Er ist böse. Er ist böse. Er ist böse. Er ist böse. Sie ist ein Riese. Sie erwacht bei Sonnenuntergang. Trauger. Giganten. Es fehlt nur noch, dass wir ein Motor heben. Die sind unsterblich. Vielleicht die Götter können sie töten. Aber es gibt keine Götter in diesen Landen. Die Götter. Die Riesen. Die sind unsterblich. Die Riesen verstecken sich tagsüber und jagen nachts. Und ich mag, man mag denken, zumindest gibt es am Tag. Aber wisse, die Nächte werden länger. Und wenn der Winter kommt, gibt es keinen Tag. Nur endlose Nacht. Sobald endet die Zeit der Menschen. Das Ort. Was ist das Ort? Meine Zettelung. In Schmerz. Ich lasse meine Leute hier. Ich verspreide ihnen ein neues Leben. Und sie schief von dem Wahnsinn und Elend auf der anderen Seite des Meeres. Und vor einer Zeit waren wir glücklich. Wir waren glücklich. Und dann kam der Vulkan und die Dunkelheit. Naja, okay. Ja. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Wenn sie sich nicht wehren, sind sie tot. Ja, ich habe so das Gefühl, mach doch einfach keine Kinder und lass die Alten abkratzen. Und dann die Jungen sollen abhauen und... Ist zwar scheiße, aber besser als komplett zu sterben. Ah, es ist die Sonne, die einfach nur... In einem Berg verschwindet. Ich dachte schon... Jetzt wird es nackt. Hups. Gott. Was ein Ruhe. Woher ist jeder? In den Rücken. Höhe. Safe. Rito, ich kann sie nicht erreichen. Du solltest uns mit uns, wenn wir dir die Chance haben. Wie sollst du? Wie sollst du? Wir wollen sie nicht so auf den Weg werden. Ja. Du hast sie echt upright. Ich würde sie nicht auf den Weg gemacht. Ja. Das ist nicht so, wie ein Suge ist. Ich weiß, was das alles. Was der Weg ist? Wenn das alles übrig? Ja. Er ist nicht wahr? Was der Weg ist? Du hast die Weg? Und da zu einem Glauben. Was da? Das ist korrekt. Alter, wie weit kannst du dem alten Mann wie ein Fisch ausnehmen mit einem kaputten Kiel, du Affe? Sie kann den Frag, der die Welt verbindet. Sie kann den hiddenen Puls. Sie weiß, wenn der Puls schnell ist. Okay. Sie fühlt es jetzt. Die Tremor auf ihrer Haut. Ein Wesen, das Gestalt annimmt. Etwas nähert sich. Etwas nähert sich. Wait. Was ist Tark? Hattest du nicht gesagt, am Tag jagen sie mich? Ich verstehe es nicht. Ah, super. Fack, 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 f Hast du das Gefühl, das sind irgendwie... In Wahrheit sind das wahrscheinlich einfach nur unterirdische, vulkanische Seismitäten. Und auf dem Felsen passiert das in der Regel nicht. Das sieht für mich nämlich genauso aus. Oh mein Gott, sieht das mit dem Ambilight gerade geil aus. Lass die Welt brennen. Ja, bleibt dir nur die Hülle übrig. War mir klar, dass wir wieder von dem getrennt werden. What the fuck? So, wie ihr das? Sie ist zu erreichen. Er wird um etwas zu erreichen. Sie wollen ihn. Hurry. Er wachsen sie. Hurry. Sie ist schmerzt. Sie ist verrückt. Sie sehen sich in dich. Wir sind Monster. Er hilft uns. Du hast ihn, weißt du? Ja, er hat ihn geholfen. Stopp. Heid! Sie wird dir nicht wieder geholfen. Geh! Sie kommt zurück! What the fuck? Die Karl aus meinen Ländern! Ich hab keine Ahnung. Sie will so strong, they dream a new world. A hell of their own creation. And they will not sit lonely in that nightmare. If you wake the dreamer, does the nightmare die? Er ist Monster. Er ist Monster. We are not safe yet. Where are we? Make him explain. What is happening? You tiger. Who is he? Als der Vulkan ausbrach, riss er die Mauer zwischen dieser Welt und Jürtenheim auf. Und die Riesen schwärmten aus und sie töteten und fraßen, was sie in die Finger bekamen. Nur einige von uns, nur einige von uns, die verstecken uns, bauten Verteidigung auf, kämpfen gegen die Viecher. Und einige von uns nutzten andere, um die Gewalt zu bremsen. Others? Was meinst du? Er wollte uns an sie verfüttern. Soll er es ihr sagen. Soll ich ihr sagen, was dein Vater getan hat? Was gibt es sonst zu tun? Wir haben einen Weg gefunden, unser Volk zu beschützen. Dein Volk stirbt. Wir benutzen Sklaven aus deinen Landen als Opfer. Er gibt sie den Riesen, damit sein Volk verschont wird. Er ist ein Monster. Du kannst nicht allein gegen uns antreten. Du hast keine Chance. Er sieht nicht, aber er kann es sehen. Seine Dunkelheit ist böse. Wir können ihm zeigen. Er ist ein Monster. Es gibt einen anderen Weg. Er wird sie zuerst töten. Sie kann nicht getötet werden. Es ist unmöglich. Ich habe einen Gott getötet. Nichts ist unmöglich. Nein. Es ist kein Weg. Wir können nicht den Giganten töten. Die Gottes können nicht getötet werden. Du kannst nicht. Du wirst das. Du wirst das. Warum kamst du hier, Senua? Um zu stoppen die Slavers? Du denkst, dass du sie helfenst? Und jetzt bist du verletzt. Du kannst sie nicht. Du kannst sie nicht. Du kannst den Giganten töten. Du kannst sie nicht. Ich werde. Ich werde den Giganten töten. Ich werde den Giganten töten. Sie haben dir so gesagt. Ich werde den Giganten töten. Du kannst sie nicht eingисpielen. Du kannst dich nicht mehr machen. Du kannst den Giganten töten. Du kannst sie nicht. Du kannst ihn nicht wissen. Beziehungsweise. Du kannst ihn nicht mehr finden. Die Lichter, um die Schmerzen zu verhindern. Warte, was? Hier kam ich doch. Oh, komm schon, wirklich. Ich hab das Gefühl, wenn ich den Streamer-Modus ausmache, kommt Musik, die das Spiel noch geiler macht. Am Schluss kommt dann noch so eine XXL-Keller-Hassel. Naja, gut, als wir im ersten Teil Hela, die Göttin des Todes, bekämpft haben, war das auch ein extrem ekelhafter Bossfight. Weil, ähm, Dingsbums. Weil das halt sehr eklig war. Weil du musstest ja beim Endboss von Hellblade, Senua Sacrifice, wie dein Name schon verrät, dich halt opfern. Und du konntest den Boss halt nicht töten. Hat dir aber keiner gesagt. Es ist nicht so einfach, dass ich mich verletzen kann, Kindheit. Du kannst mich nicht mehr schmerzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Mein Weg ist der einzige Weg. Du kannst mich nicht mehr schmerzen. Du kannst mich nicht mehr schmerzen. Du kannst mich nicht mehr schmerzen. Okay. Okay. You will never save them, you can't even save yourself. Come on, you Limmel! So lange kriege ich das Barrieren raus. Ich glaube, ich muss mich im Fokus befinden, um die zu besiegen. Ich spreche für die Dots. Die einzige Weg, um sie zu schützen, ist mit dem Sacrifice. Ich spreche für die Dots. Die Dots. Die Dots. Die Dots. Die Dots. Die Dots.